Tobias sitzt in der Klasse und hat plötzlich Bauchschmerzen. Wenn es jemandem nicht gut geht, gehe zur Person hin und frage, wie du helfen kannst. Lagere die Person so, dass sie wenig Schmerzen hat und sich wohlfühlt. Sorge für frische Luft, indem die Person langsam und ruhig atmet. Öffne ein Fenster und enge Kleidung. Sorge für Wärme. Decke die Person zu, wenn ihr kalt ist und schütze sie, falls notwendig, vor der Sonne. Bleibe bei der Person und sprich mit ihr. Sei für sie da. Diese Erste-Hilfe-Maßnahmen können bei jeder Person durchgeführt werden, die krank oder verletzt ist. Sie heißen Basismaßnahmen.